Dieser Ford C-Max steht hier zum Verkauf. Der silberne Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter, Dachrailing und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 116 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Produziert die